Guten Morgen, Leben, Universum und der ganze Rest. Ich habe es so satt. Nachdem ich jetzt meine Winterjacke rausholen musste, um auf dem Balkon meinen Eisbären zu füttern, habe ich entschlossen, ich stelle mich. Es ist ein schwieriger Schritt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Meine Vorgesetzten werden wahrscheinlich auch sauer sein, aber die werden das schon verstehen, wenn ich dann einen Bericht schreibe. Natürlich schreiben wir nicht, aber ich sage das jetzt mal so, damit ihr das versteht. Es hat sich auch schon so ein bisschen angedeutet, dass das jetzt kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie das meine Mission verändern wird. Wahrscheinlich wird es zum Abbruch führen. Ich stand ja oft in der Gegend rum und habe mich dabei ertappt, wie ich laut gesagt habe. Ach, Menschen. Und zu Freunden habe ich auch ab und an gesagt, oh je, ich will zurück auf meinen Planeten. Und habe natürlich gehofft, dass das als Witz verstanden wird. So quasi als Zeichen, dass diese Welt hier so verrückt ist, dass man sie nicht versteht und man kann doch nicht von dieser Welt sein. Jetzt muss ich sagen, es stimmt. Gut, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht meine Kollegen gefährde, die ja auch undercover die Welt beobachten. Aber es ist so und ich hätte eigentlich noch 900 Jahre hier. Ich hoffe halt, dass ich jetzt abgeholt werde. Also ich werde quasi das abbrechen. Gut, das wird jetzt auch noch fünf Jahre dauern, bis das Raumschiff da ist. Aber irgendwann ist auch genug. Irgendwann ist auch genug. Das kann ja nicht so weitergehen. Also ich gebe hiermit zu, ich bin nicht von dieser Welt. Ja. Gut, die nächsten fünf Jahre werden jetzt wahrscheinlich schwer. Jetzt, wo mein Cover nicht mehr gilt. Und vielleicht werden einige auf mich zukommen. Natürlich hoffe ich, dass die meisten das mir immer noch nicht glauben. Warum, damit ich jetzt die nächsten fünf Jahre nicht allzu sehr belästigt werde von Presse, Geheimorganisationen, Regierungen und so. Aber wenn es dann halt passiert, ich meine, es sind ja nur fünf Jahre. Das ist ja nur ein kleiner Abschnitt dann in meinem Leben. Diese Mission, die ich hier vor 38 Jahren halt angefangen habe. Klar, ist doof, direkt am Anfang aufzuhören. Aber echt jetzt, Menschen, schaut euch doch mal um. Das geht doch wirklich so nicht. Es gibt ja, wie war denn das bei den Fraggles nochmal? Hallo, aufstehen. Wie war denn das? Erinnert ihr euch noch an die Fraggles? Das werde ich vermissen. Kaffee ist so geil, wie wenn zwei Sterne kollidieren. Wisst ihr noch, wie das bei den Fraggles war? Da war doch dieser eine Typ, der draußen auch in der Welt war und dann immer die Postkarten zurückgeschrieben hat und dabei die komischen Macken der Menschen beobachtet hat. Wie hieß denn der nochmal? Das könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, um mich aufzuklären. Mir ist nämlich gerade entfallen, wie der nochmal hieß. Und mir fällt gerade ein, das mit den Größenverhältnissen habe ich nie verstanden bei den Fraggles. Wie groß ist jetzt eigentlich ein Fraggle im Vergleich zu einem Menschen? Morgen geht's weiter. Ja. Ja. Ja.